so das ist der erste teil vom vlog car friday treffen 2017 ich bin jetzt gerade auf dem weg nach regensburg und da treffen wir uns mit ein paar mitgliedern aus dem forum und dann fahren wir weiter nach münchen und ihr seid jetzt live quasi fast fast live dabei bei unserem treffen viel spaß ganz wichtig zu erwähnen ich bin heute nicht unterwegs mit meinem ttrs sondern mit einem nagelneuen audi tts roadster der mir freundlicherweise von der audi ag zur führung gestellt wurde ihr werdet es auch noch genauer sehen auf fotos und so weiter aber ich zeige jetzt mal hier einen kurzen einblick die ausstattung hat ein bisschen was die farbe von der sitzen von miami wise finde ich ansonsten richtig cooles auto macht mega fun und ich hoffe ich kann heute auch mal offen fahren so jetzt in regensburg habe jetzt hier die erste gruppe aufgegabelt und ich denke das bild kann sich jetzt schon sehen lassen ich zeige euch jetzt einfach mal wie es hier richtung münchen jetzt geht aufpassen hoffentlich wird die anbegleit grün aber das ist nicht nur einer der wo da vorne vor mir fährt sondern achtung das sind drei ist nicht schön sepan blau weiß java grün herrlich wir sind hier echt in bester gesellschaft auf der autobahn unterwegs hat zwar jetzt nicht gerade perfekt gepasst aber ein s1 aus der schweiz war mit dabei im konvoi aber jetzt schaut mal es macht so bock und es sind jetzt bloß vier autos und wenn wir in münchen sind sind wir bald 40 mega geil soll ich zeige jetzt mal kurz das momentan mit vier autos schon auf der autobahn ausschaut schauen wir mal ein bisschen vor mega geil an erster stelle sepan blauer ttrs an zweiter stelle weißer ttrs und hier java green und meine wenigkeit dem roadster in weiß wird immer besser nur ttrs und s es ist der wahnsinn es macht so bock wir sind fast 40 autos könnte jetzt lustig werden auf der autobahn wir sind hier voll die attraktion richtig cool man sieht jetzt immer mehr die alpen jetzt stehen wir leider im stau und jetzt machen wir einfach mal hier das verdeck auf weil wir richtig cool schweine sind es ist so geil so ruhig das jetzt ein bisschen zu zeigen wie viele autos jetzt eigentlich hier schon vor uns sind ja ok versuchen wir mal sony spielt auch mit es kann gar nicht besser werden so so Musik So, wir sind jetzt mitten am Tegernsee und ich zeige es euch mal, so schaut es aus, mega, einfach schön. Musik 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 Live durch den Tegernsee, es ist ja Wahnsinn, oder um den Tegernsee, um. Das ist fast schon eine halbe Wörtersee-Tour, ohne Scheiß. Musik 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 und und was soll ich? was soll ich? was soll ich? was soll ich? es geht und alles gut und? die Stimmung gut? sehr gut der Tobi kommt her packt die Liegestühle aus ganz vorne und Stimmung gut? ich denke sagt er ich denke Tobi Haar Performance kommt her immer warten bis er kommt und dann geht es weiter darum warten wir jetzt also könnt ihr ein wenig chillen super ja weiß doch wie es läuft Equipment ich sitze im Fernsehen ich sitze an einem Fernseher ich sitze an einem Fernseher ich sitze an einem Fernseher das ist nicht da ja das ist klar ja ja nachdem ja früher hattest du noch eine große Kamera die ist im Auto Ja, nein, du bist ein bisschen aus Du! Ah, du stehst ja leider, weil ich mitgehe. Ja! Ja! Nein, momentan hat er... Nicht in den Tommer! Das muss er ausschneiden! Ja, 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 ja! Rollen wir schon langsam mit, oder was? Wir wollen den Film sehen, ja! Hier ist der Alex. Und jetzt kommen wir an meinem persönlichen Highlight hier auf der Strecke vorbei. Achtung! Audi Gebrauchtwagen Plus Centra München! Das Wetter, Leute, hat wirklich megameißig mitgespielt. Schaut mal raus! Sonnenuntergang zum Treffen, mega! So, das war's für heute. Treffen ist vorbei. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Jetzt, ich bin ein bisschen heißer schon. Der Tag war wirklich mega. Es hat allen Beteiligten wirklich gut gefallen und schreit nach mehr oder nach Wiederholung. Ich wünsche allen Teilnehmern gute Heimreise und man schreibt sich und sieht sich hoffentlich bald wieder. Ich bin ein bisschen weiter. Ich bin ein bisschen ein bisschen zu sein. Ich bin ein bisschen schreit. Ich bin ein bisschen zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020